Wir haben ja hier Lava Kann man, ich weiß nicht ob man ein Portal quasi quer machen kann Indem man jetzt hingeht und guckt, okay Ich hätte jetzt beispielsweise hier Lava Also die Felder Moment, andersrum Also hier wird Obsidian Das kommt überhaupt nicht hin, ja Da, da Ja, müssen wir mal gucken Also hier einmal, damit ich hier rüberlaufen kann Dann können wir nämlich hier alles wegmachen Drei So Dass man hier wie so ein Fuck you da hinten So Dass man jetzt hingeht und sagt Ich kipp da jetzt so Wasser drüber Dass das hier frei bleibt Und der Rest hier rum Obsidian wird Wieso bist du kein Obsidian hier Da ist übrigens Da ist übrigens Eisen Hä Warte mal Brauchte man nicht irgendwas, um das Tor zu aktivieren Feuer Flint and Stone Scheiße Dann gehen wir mal schaufeln Flind und Steel Sollte man neuen Gravel finden Okay, Flint haben wir Scheiße Wie ging das nochmal? Oder muss das hier alles außen? Oh nein, ich glaube ich habe es versaut Das muss alles Das hätte alles Nein, ich hätte das freimachen müssen Richtig Ich glaube ich habe es versaut Das ist alles froh Das ist das Ich hoffe ich habe shining Das ist Das Das Wenn ist ��